Swirl TV, stream what you really like. Mit einem famosen Jeff Bridges als liberalem Magier nimmt sich der Game of Thrones-Verschnitt glücklicherweise nicht ganz so ernst. Oh ja, sehr geil. Was kann das Ding? Elektroschocks? Mach dich nicht lächerlich. Das ist eine Handgranate. Sie verarschen mich. Das ist krank. Es gibt nur einen wahren Geheimagenten. Kingsman – The Secret Service nimmt James Bond Vergleiche mit Humor und unterhält als knallbuntes Action-Spektakel. Bei all den Albereien wird aber auch scharf geschossen und heftig zugeschlagen. Manchmal sogar unnötig brutal. Jetzt verspreche ich euch, morgen in dieselbe Zeit ist Rostock ausländerfrei. Ein Mob von hunderten Rassisten griff im August 1992 in Rostock-Lichtenhagen ein Haus mit Asylbewerbern an. Aber wer waren die Menschen, die Molotow-Cocktails warfen? Das schwarz-weiß gefilmte Drama »Wir sind jung, wir sind stark« zeigt erst mit Geduld, dann mit überwältigender Kraft, wie eine Gruppe Jugendlicher zu Nazitätern wird. Herod wurde auf Kaution entlassen. Wir bringen sie jetzt ins Krankenhaus. Andenet übernimmt ihre Verteidigung vor Gericht. Sie wurde entführt, vergewaltigt und sollte zwangsverheiratet werden. Engagiert erzählt das Gerichtsdrama »Das Mädchen Herod« die wahre Geschichte einer 14-Jährigen in Äthiopien. Ein bewegendes Stück Aufklärung mit Angelina Jolie als ausführender Produzentin. SWR TV – ein Programmguide, der unterhält und eine Suchmaschine, die findet. SWR TV – ein Programmguide, der unterhält und eine Suchmaschine, die findet. Alle Filme und Serien auf Video-on-Demand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017